Oha Digga, du hast mir so deinen Arsch ins Gesicht gestreckt. Hier, hier unten. Das Auto, das Auto. Und go. Ahaha. Oh, du hast es. Ja, es ist zu mir leid, Digga. Es war nicht verdient. Was geht YouTube? Und Leute, keine Sorge, das Ganze wird gleich ein Live-Video. Noch eine Sache wollte ich vorher sagen, deswegen seht ihr jetzt schon so ein bisschen Gameplay-Base im Hintergrund. Und zwar wollte ich mich erst mal fett bedanken für den Support bei den letzten Videos. Wir sind so kurz davor, wieder 100.000 Klicks pro Video zu haben auf diesem Kanal, was so heftig wäre. Hätte ich niemals gedacht, dass wir dieses Comeback nochmal schaffen. Ich glaube, daran merkt man einfach, dass ihr Warzone feiert, dass ich Warzone feiere. Ich habe mir jetzt mal zwei Tage Pause genommen, aber dafür gibt es heute wieder ein richtig, richtig geiles Video. Und das ganze Video soll so ein bisschen im Stern stehen. Wie krass haben die einfach gearbeitet mit der Season 3 Update. Und es wird immer viel gebasht und so, aber sie haben schnell reagiert, dass sie zum Beispiel Trios wieder geholt haben. Deswegen seht ihr jetzt auch gleich ein Trio-Gameplay mit Jazzy und Barca. Aber wisst ihr, was ich am geilsten finde? Die haben die Waffen, die random droppen, so geil gemacht. Du findest quasi keine Scheiß-Waffen. Vor ein paar Wochen war es noch so, du landest, findest eine normale LMG. Die Waffe war nutzlos, findest eine normale Shotgun, war nutzlos. Jetzt, du findest so krasse Waffen, einfach diese geschalldämpfte AK, so krass. M4 liegt einfach rum, die Uzi ist richtig geil. Das neue LMG kann man auch aufheben. Die Shotguns kann man aufheben. Das ist einfach so geil gebalanced. Ich habe noch nie ein Battle Royale-Spiel gespielt, wo die normalen Waffen-Drops, also die random Waffen, so geil waren. Richtig, richtig nice. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den Runden. Zu nice geworden, auch by the way ohne Reverse-Boost. Wir hatten davor das Kill-Duell und die anderen Videos gemacht. Der Account hatte irgendwie 10 Runden am Stück, über 20 Kills. Und dazu spielen Anjan und Jazzy auf den Hauptaccounts. Also haben wir wirklich die kranksten Tryharder-Lobbys gehabt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bleibt bis zum Ende dran. Lasst ein Like da und viel Spaß damit. Let's go. Ich hoffe, ich habe eine Gasgranate in den Hangar. Nein, Mann, das ist eine. Er kennt das hier absolut. Er ist genau dort, wo ich markiert habe. Okay, warte, ich geier da richtig drauf. No! Ah, D-Gaum! Nein, ich habe gerade... Ehre, Mann. Okay, warte, wir kaufen jetzt erstmal alles. Mein Gott, wir haben so viel Cash. Okay, wir können auf jeden Fall alles machen. Ja, hol lauter, das kannst du sowieso holen. Kannst du auch schon hinschmeißen. Okay, lande bei uns. Lande bei uns. Jo. Okay, ich kaufe mir noch Self-Revive und eine Drohne. Hier kommt noch ein Auto rechts hier. Schießt du auf das rechte Auto? Ja. Und ich schieße auf den Truck, weil er ist hinter dem Truck. Was ist er? Okay, das Auto ist deaktiviert hier. Truck ist gleich down. Er ist da. Da läuft noch ein Auto. Der ist One Shot da hinten. Oh mein Gott, der heult zu krass. Jungs da vorne beim... Achso, ich schieße auf die. Ich habe ihn gestunt. Okay, geht, lasst drauf gehen. Ich habe ihn Schild-Break. Sauber. Da läuft er. Ich habe ein RPG versucht. Hinter der Mauer. Ja, das ist schwierig. Hier sind noch zwei. Wollen wir die links holen? Ja, 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 das ist wichtig. Die sind zum Heli gelaufen. Echt? Ja, also Richtung Heli auf jeden. Einer ist halt oben. Ne, jetzt ist er unten wieder. Die sind drin, die sind drin. Kommt ihr mit rein? Ja. Digga, wo ist der eine? WTF? Ach, hier oben ist. Pass mal rein. Hier sind die hier drin. Von draußen auch noch. Ja. Ich habe einen oben mit C4 gehittet. Unten oder oben bei euch? Ich bin ganz oben. Hab einen. Bei euch, ne? Bei euch. Hab einen noch. Teamwipe, oder? Ja. Hat der einen Jumpshot kassiert? Oh ja, Digga. Ich habe ihn markiert, direkt. Ich habe ihn markiert, Direkt. Wir sind an diesem kleinen Headbridge. Da ist er im Headbridge. Ich habe ihn cold. Ich habe ihn cold. Ich laufe drauf. Komm, komm, komm. Ich komme jetzt. Ah, hinter mir noch, hinter mir noch. Hinter mir im Hangar, im Hangar, im Hangar. Nein. Hab ihn, hab ihn. Teamwipe, lol. Teamwipe, ja. Digga, wie die sich aufbissen haben. Habt ihr alle? Dann gehe ich, dann hole ich mir Platten. Ja, ich hole dich. Kannst du, ja, oder hol du dir Self-Help. Ey, sag mir, wenn ich aktivieren soll, ne? Du kannst, glaube ich, mein Auto nicht, oder? Kammer mittlerweile. Keine Ahnung. Drück mal. Ja, geht. Oha, das haben die getouched. Ist der in der Luft, oder? Unten, ah, da laufen die. Seht ihr es? Ja, ja. Ich sehe es. Versuch, ich fahre, ich... Aussteigen. Oh mein Gott, warte. Einer gedockt. Oh mein Gott, du hast alle bekommen. Warte, heb mich auf, heb mich auf, Anton. Anton. Wieso bist du down? Keine Ahnung. Hey, what the fuck? Wie hab ich überlebt? Bro, wie hast du die Kills gemacht? Ich hab das Auto mit Raketenwerfer getroffen. Hast du überhaupt mit Raketenwerfer geschossen? Nein, mit Raketenwerfer, Digga. Oh mein Gott, du hast meine Kills bekommen, Digga. Das ist so lächerlich. Das ist so ein Fehler. Ich hab mit RPG geschossen und ich sterbe, Hauptsache. Kein Engel auf ihn. Wir können auf ihn schießen über uns. Ich hab ihn hitmarken gegeben. Sheetbreak, Sheetbreak. Warte, lass mal zu dem hier hinter dir fahren, Anton. Safe? Ich will auch den vorderen fahren, Bro. Er ist so one shot, den hol ich auch safe. Aber ich fahre mit Anton, sonst trägt er sich gleich auf. Nee, Mann. No way. Hab ich ihn gehittet oben? Ich hab auch einen Pillar-Schuss. Ich hau gleich hoch. Marcel, muss man irgendwie weiter oben zielen? Nee, nee. Lass hin, Marcel, komm, jetzt komm. Ja, komm, ja. Echt jetzt? Ja, ja, komm. Einer unten, auch Sheetbreak. Die anderen sind runtergesprungen, glaube ich. Die aimen nicht mehr mit der Taschenlampe. Junge, jetzt durch die Tür. Oh mein Gott, oh mein Gott, Digga. Was kommt? Ich gucke mich. Ja, warte, warte. Von hinten auch noch. Oh nein, hört doch auf. Achso, die sind da oben bei diesen Feuerwehr-Dinger, die sind bei diesen Feuerwehr. Hast du noch Platten? Nee, ich hab keine. Hier liegen zwei. Warte, ich geb dir, ich geb dir. Jungs, hier bei mir. Wo denn? Kommt hier, müsst ihr hier auch noch drauf. Oben, oben eine S-Tift-Marker geben. Nein, Bruder. Hab ihn, hab ihn. Team, Team Well. Noch ein, echt jetzt? Genau, aber mehrere. Aber ich hab Team Welle angezeigt bekommen. Jazzy, hast du eine Rakete zufällig? Ja, ich muss. Warte, ich auch. Äh, ja. Du dropp mal. Oha, Digga. Oh mein Gott, sechs Stück. Das ist ja so geil. Kannst du mir auch ein bisschen geben. Ja. Ich hab auch Fehler. Oha, Digga. Du hast mir so dein Arsch ins Gesicht gesteckt. Hier, hier unten. Das Auto, das Auto. Und go. Ja, es ist zu beleidiger. Es war nicht verdient. Digga, das war aber so brutal. Als ob, wir haben es gar nicht abgeschlossen. Ja, ja, perfekt gemacht. Oben, oben auf dem Ding. Mein Gott, warte, der Loot. Bruder, ich hab, glaube ich, einen Prezi-Luftschlag. Da, wo ich markierte, was du halt? Ah, nee, das ist ein Schildgeschütz. Hier sind so viel Lootplatten und alles. Holt euch, holt euch. Bei der Tankstelle. Oh, oh, Truck kommt, Truck kommt. Ich hab zwei Ziviers. Ich hab zwei Ziviers. Der soll kommen, komm her. Ich, ich hau auf. Ja, Pillar, Pillar, okay. Ja, Fahrzeug ist kaputt. Boah, die Explosion. Oh mein Gott, Digga, wir sind das Pillar-Duo. Das klingt ein bisschen gay auch, muss man sagen. Okay, so. Bruder, die sind da reingeklettert ins grüne Haus. Lass mal jetzt zusammenbleiben einfach. Ja, wie spiel das gut? Neben dir ist noch einer, was soll ich. 35 Meter links von mir hier in dem Haus. Unten. Ja, ich glaub, oben. Nee, du hast rechts rum. Ich bin halt so lost, wenn die mich jetzt hier anschauen. Ja, deswegen rechts rum. Mein Gott, oh Gott. Ich schau mal von hier außen. Beide links von mir, die sind oben. Digga, Empio war in der Lobby. Leute, echt jetzt? Ja. Ey, der fliegt, der fliegt, der ist da. Ich geh außen rum. Unten, unten. Hab ihn. Das ist ein anderes Team, das ist nicht der, der wir hatten. Digga, wir müssen Drohnen uns zukaufen eigentlich. Ja, lass zum Wagen. Oh, da hinten außen, oh mein Gott. Die müssen so zu uns kommen, da irgendwo. Lass die abfangen. Und danach holen uns Drohnen. Aber wir haben hier die perfekte Pose. Wir sollten die eigentlich nicht so auf... Soll ich versuch übrigens... Verlauen, bitte nicht so. Pass auf, aber die werden uns... Die werden uns... Ich bin ausgestiegen, Jungs. Okay, komm, wir müssen die verhalten, wir müssen die verhalten. Jermann, was hier? Ich komm, Anton. Ja, Digga, das ist halt... Einen hab ich K.O. Da, die anderen beiden da. Einen hab ich Schildbreak, einen hab ich Schildbreak. Komm her. Beide, beide vor mir. Warte, warte, ich angle vor dir, Marcel. Brich ab, brich ab. Oh mein Gott, als ob ihr das schafft. Einer hat ihm aufgeholfen. Ja, ich wusste... Ich werd angeaimt von hier. Ich bin von woanders noch angeschossen. Ich weiß nicht von wo. Warte, ich kann mich selbst aufheben. Ist der, same, same, same? Ihr könnt mir auch aufheben. Nein, Digga, oh mein Gott, Digga. Alter, von wo er geschnallt? Egal, wir haben noch Ruder. Ich werd entlassen. Ich werd entlassen. Okay, warte, okay, wir müssen... Ich hol mir Lootjob. Neben dem Lootjob liegt das andere Zeug, aber wir sind hier so offen, ne? Also, erstmal in die Feuerwache. Feuerwache ist der perfekte Spot. Der perfekte Spot. Die schießen irgendwo von auf mich. Ich hab keinen gescannt. Ja, erstmal Feuerwache rein. Ja, wir müssen kurz ein, zwei Kills von hier oben holen. Ruder, dich schießen... Nein, von der Seite, Marcel. Warte, warte. Er wurde gesniped, er wurde gesniped. So, komm, Marcel, lo. Er fliegt erst über dir. Ich hab ihn direkt markiert auf dem Dach. Auf dem Dach, ich werd sterben. Würde. Zu viel? Weg. Alles klar. Ach, Mann, lass mich laufen, bitte. Mann. Brauch' ne Waffe, Jungs. Ja, hier, fahren wir. Seid ihr oben, unten? Ich bin oben. Digger ohne Witz, Digger ohne Witz. Was ist denn los heute? Hab einen. GTA 6 stimmt, Leute. Boah, GTA 6. Da freu ich mich drauf. Das wird zu krass. Ich muss nur sagen, ich hab nie GTA Online gespielt bei GTA 5. Ich hab nur GTA 5 leer gespielt. Ich hab auch nicht mich bereutes voll, Bro. Ja. Burak schreibt mir die ganze Zeit, dass die halt so voll zocken und es macht so Todesspaß, weil die halt so Online-Missionen machen. Weil ihr echtes Leben nachspielen, oder? Ja, ja, ja. Du denkst, wir haben ja alle, Jusil? Nehmen wir Teamwipe? Ah ne, einer müsste noch da sein, einer. Wie soll ich einen Kill bekommen eigentlich, das ist gerade die Frage, Digger? Hab noch einen, aber der ist auch nur Nock. Hier ist noch einer, noch einer on me. Wo der Gesicht ist? Seh'n nicht. Hier in diesem Regal, da. Oh mein Gott, er hat mich, er hat mich. Ihr könnt den Easy holen, er ist in diesem Regal unten. Und einer ist genockt. Er hat ihm aufgeholfen, Jusil. Er stirbt einfach nicht, Digger. Musst wir kurz Platten geben. Noch einer? Ich gucke, ob die Flanken wollen. Hab den. Oh, danke. Digger, immer wenn ich einen nocke, wird der aufgehoben. Ist einfach Standard bei mir. Fände ich die Ozi oder P90 besser? P90. Echt? Da fehlt das. Oh, das ist das Auto, Camouflage eingeklebt, oder was? Ja, ganz, real quick. Nice. Markier mal Einkaufsäulen. Markier mal du, Jusil, ich hab Kaffee in der Hand. Jo. Ich hab Kaffee in der Hand. Ich hol lauter. Jo. Ich hol irgendwie. Marcel, du spielst ja eh mit. Ah, ich hab rohle, ja. Du spielst eh mit Pellern, ja? Ja, ja. Ich hol mal kurz den Truck. Braucht ihr noch Platten? Ich hab drei, ist eigentlich okay. Ich hab alles. Wo ist ein Kill-Off-Truck? Hier in der Nähe. Da ist einer. Wollen wir nur zurückfahren? Was mich richtig gefreut hat, ist, dass mein neuer Truck-Video gut abgegeben ist. Warte, ich komme. Wow. Und wo ist er denn? Unter, in Unteren, in Jazeera. Hab ihn. Noch einer, noch einer, noch einer irgendwo. Ich finishe den einen, was sag ich mir Platten. Kannst du mal back kurz schauen? Ja. Er ist nicht gefinisht. Nee. Sieben Meter. Das ist also einer. Wo ist der andere? Keine Ahnung, Digga. Key ist sowieso nur, Jungs, wir müssen immer noch zu dritt zusammenbleiben und die Trades holen. Dann gewinnt es auch. Gibt's mitfangen, Erster? Wartige davon? Das ist ein Gegner, Digga. Ja, ja. Ich komm so hoch. Ich falle aus mir, wo die sind und ich denke, die bis mit dem Truck auf. Okay. Da, in dem Haus, was ja. Bin die. Eigentlich dachte ich. Also, ich glaub, Geister. Ah, nein, wir haben die doch auf der Drohne gesehen, wir haben die keinen Geist. Dann sind die weitergelaufen. Bei mir einer hier, in der Schule. Okay. Er hat so Angst, gerade als er mich gesehen hat. Er ist so abgeräumt. Ja, hier hast du gesehen. Hier muss er hinter dir irgendwo. Bei mir einer drin. Ich kommst du dir runter. Meine Nett. Ich schau links, du schaust rechts. Er ist rechts. Hier hinter mir. Okay. Da ist er, da ist er. Hab ihn, Timur. Holt euch mal bitte Muni, Jungs. Gibt es nur Platten? Lass dann zum Einkaufswagen kurz zurück mit dem Truck. Egal, was du brauchst. Ich würd gerne wo ganz woanders hingehen, nicht wieder da hin. Oh, der. Oder uns sind welche. Ich muss hier links, ja. Digga, hat mich fast geholt. Meinst du, ich soll probieren zu überfahren? Ja. Da ist einer. Erster, erster. Schieß ihn ab. Lass rein, lass den hinterher. GG, Team Wild. Okay, lass schnell Platten holen. Wie viel Geld hat er gedroppt? Er hat viel gedroppt, kann das sein. Viel, viel, viel. Wir können uns... Fahr mit dem Truck, damit er ein bisschen Deckung hat. Hier ist noch einer genockt vor mir, Jungs. Keine Ahnung, was sich hier macht. Jägor. Kann ich dir jemand Platten kaufen? Putz ne Drohne. Ja, ne Drohne reicht, doch. Kannst du immer noch den Rest legen? Er ist auf der Straße. Ich lenk ihn ab, er ist so auf mich fixiert, Digga. Er ist so auf mich fixiert. Haha, ihr könnt ihn so von hinten holen. Kein Engel auf ihn. Kein Engel auf ihn. Er hat sie viel geworfen, der Hund. Ich hab's überlebt. Hab ihn. Hab ihn. Ah, du hast ihn bekommen, so schlecht. Ne. Ich hab wieder roten Hitmarker gehabt. Ja, das war's. Gut, dass ich ausgestiegen bin. Da ist beim Quad. Ja, 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 da geh ich hier auch hin. Lass den holen und dann holen wir uns nen Heli. Er ist auf der Straße jetzt? Ja, er ist alleine, glaub ich sogar. Keine Ahnung, warum die alle da sind. Lass den Kill auf Draconen, nen Heli. Okay. Er ist bei mir. Hab ihn überfahren. No way. Das Ding ist, Digga, das war zu... Was ist dein Heli, Heli? Heli, Heli, Heli. Ja, warte, warte, warte. Da oben? Ich seh ihn nicht aus meinem Winkel. Hier, hier, da oben, da oben. Das witzige ist, ich wollte ihn gar nicht überfahren. Ich wollte eigentlich nur das Quad nehmen und dann hab ich halt Glück gehabt einfach. Das hatte ich komplett, Digga. Du hast so gezielt. Ich hol den Heli und euch alle ab. Ey, es sind noch so viele Platten. Warte, ich hol kurz die Platten für mich? Jo. Warte dann einfach auf irgendeinem Eingang. Auf, vor allem im Eingang! Warte, wollen wir auf den Killauftrag gehen, ja, wa? Ja, ja. Die schießen schon auf uns, Marcel, beeil dich, bisschen. Oh, je, oh mein Gott, die fühlt mich. Komm mal zur anderen Seite lieber raus, auf safe. Irgendwo von oben haben die auf uns geschossen. Ja. Ja, beim Dingens, hier. Ich hab links von diesem kleinen Haus. Ja. Ich werd von irgendwo, oh mein Gott, ich werd so gelasert, von wo? Von unten. Oh mein Gott. Ich hab einen genockt hier unten rechts. Im Hangar. Push die zwei, glaub mir. Ich push gleich auch. Ich spring jetzt runter. Ja, ich fang. Noch einen genockt. Noch einer, noch einer. Wo ist der andere? Muss hier jetzt sein. Im Hangar schauen, im Hangar, im Hangar. Da hinten ist er. Hier rechts, rechts, schau, schau mit mir. Ich hab rechts, hast du rechts? Hab ihn, hab ihn, der ist aber noch nocked, der ist noch nocked. Noch einer muss da sein. Gigi, alle weg. Ist er noch da? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, gut call. Nimm die Gasmaske, falls ihr die noch nicht habt. Hab ich, hab ich. Okay, du hast raus, ne? Ja, Jazeel? Lass die zwei pushen, Marcel. Ja, Jazeel ist noch nicht drin. Die sind auch im Turm oben. Ja, okay, aber... Wirst du auch, dass wir nicht gesnipet werden? Naja, wir fahren zu den anderen. Habt ihr in C4? Schnell. Hier ist noch einer, warte, drei Leute noch vor mir. Er hat ihnen aufgeholfen. Okay. Oh mein Gott, Jazeel. Noch einer unten, Marcel? Hab einen von denen hier, hab einen von denen hier. Aber das war's doch nicht, da kommen noch zwei. Wir müssen mir helfen, weil ich bin... Wir haben dich, wir haben dich, wenn die uns pushen. Am Stein, am Stein, Jazeel. Kannst du mir aufrechnen? Schnell, 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 gegen dich, Jazeel. Die werden mich finishen. Fuck. Oh mein Gott. Rechts, sonst noch mal welche. Was ist das Problem gerade? Genau hinter dir, Bro. Ich renne hoch. Ich muss nur die zwei holen, Jungs. Dann könnten mich easy holen. Oh mein Gott, von wo? Ich hol mich selber. Vom Turm, vom Turm oben. Aufpassen. Ich wurde auch vom Turm geholt. Oh mein Gott, Alter. Egal, der ist egal, der ist egal. Dass die von dem Turm aber auch solche Götter sind. Die vom Turm haben mich ja auch gesnipet. Ich glaub nicht mal, dass der Typ mich vom Stein gesnipet hat, Leute. Sind die im Turm noch in der Zone, der Nächsten? Die werden euch abaimen, Jungs. Deswegen ist der Einkaufswagen seltschmackhaft. Zwei Leute vor, hinter Marcel, Jazir. Hier im Westen, im Westen. Ja, ja, da. Beim Stein, genau vor Marcel. Marcel flankt, Jazir. Marcel macht ein Play. Lenkt jetzt ab und fahren. Da, Marcel hat einen. Hab einen. Push jetzt gemeinsam mit ihm. Push, push. Draußen links von dir, Jazir. Hab den noch einer, noch einer irgendwo. Hab ihn? Noch einer? Letzter, letzter, letzter. Bleibt zusammen einfach. Ihr habt genug Leben. Wartes. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. Ich hol den Truck. Im Turm, ja. Warte, da kommen auch welche noch von der Richtung. Wartet bitte auf mich kurz. Ja, ja, alles gut. Ich hole nur den Truck. Hinter mir auch noch. Hinter mir auch noch. Alter, aus der Zone, da kommen noch so viele. Im Turm oben sind auch welche. Ja, Digga. Shit. Ich hab den Truck bekommen. Noch schnell ihn überfahren. Anton, einer ist vor uns, ne? By the way. Warte, ich will meinen Loot holen. Alles gut. Okay, wir haben richtig nice in Zone. Okay, Jungs, ich bin komplett full half. Er hat Tür aufgemacht. Hab ihn. Nice. Ich, auf mich wird geendet. Auf mich wird geendet. Okay. Von links, ne? Ich weiß es nicht. Sauber, sauber, ich komm zurück. Noch einer hinter mir hab ich, hab ich. Sauber, Jungs, komm mal. Einer landet hier. Einer, hab ich, hab ich. Hier holt euch die Gasmasken, wenn ihr noch nicht habt. Hier sind zwei Stück. Ich werd anvisiert von links. Ich werd anvisiert, ich leb noch. Ah, hier kommen drei Stück. Oh, ich muss weg. Jungs, bleibt oben im Haus. Wir haben guten Spot. Okay, gib mir Cover, gib mir kurz Cover. Wo sind die denn? In der Garage? Ja, ja. Bleib draußen. Warte, bleib draußen, bleib einfach draußen. Schau nur hinter mir, schau nur hinter mir. Hab ich, hab ich, hab ich. Hätt's am Rücken. Sauber, ey, du hast mich. Oh nein, ich bin down. Bitte wiederholen, bitte holt mich wieder. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich muss mich nur antreten, muss mich nur antreten. Okay, ich muss schon in die Garage. Wir brauchen Self-Help alle wieder. Ich hab noch, ich hab nur Opping. Ah, ihr habt beide noch. Okay, sehr gut. Ich nehm den Truck dann. Kann mal einer von euch Platten kaufen? Ich, ich hol mehrere Platten jetzt, ja. Ich nehm jetzt die P90, als ob jetzt noch ein Fahrzeug kommt. Lass mal Geld zusammenlegen für Drohne schnell. Das ist echt wichtig, weil die haben eh jetzt alle Geister am Ende, weißt du? Wollt ihr mitfahren? Boah, wollen wir nicht. Ich fahr' einmal kurz die Straße nach unten. Lass bitte aussteigen jetzt hier irgendwo. Ja, warte, ich guck doch nur, ob hier noch einer ist. Ich schwör' wir sterben. Ich fahr' von ganz außen rum. Ich fahr' ganz außen rum. Da vorne landen noch welche. Ich muss uns jetzt hochfahren. Ich muss uns jetzt... Ich fahr' uns hier in das Haus brauchen. Wir brauchen das Haus hier. Aussteigen? Eine Fuß, eine Fuß, ein Gegner. Hier in dem Haus. Ja, oben im Fenster. Ja, mach C4, pass auf. Der hat C4 bekommen. Der hat noch ein C4 bekommen. Dann push, push, push jetzt. Hab' ihn genockt. Einer genockt oben. Einer noch, Marcel. Hoch, hoch, hoch. Einer. Schieß, schieß, schieß. Hab' einen, hab' einen. Noch einer, noch einer. Hab' alle, hab' alle. Ja, self-revive. Nein, unten, unten. Nicht oben, was da ist. Nein. Nein. Oh mein Gott, come on. Nice. Come on, bitte. Warte, warte, warte. Einen Gegner, du hast einen Gegner, Bro. Du kannst so lange warten, Digga. Er wird so husten. Liegt zu dir. Ja. Setz einen einfach. Hau jetzt drauf auf mit Map. Hau drauf auf mit Map. Hau einfach hin. Du kannst auch meinen Pillar noch holen. Du kannst alles machen. Du hast zwei C4. Spannig. Jetzt kommt genau... Zum Schoflack. Hau. Juhu. Come on. Oh mein Gott. Let's go. Let's go.